Und hat es Ihnen gefallen bei der Weiga? Sehr gut. Das ist vor allem aufgefallen? Ja. Die hübschen Frauen? Auch ja, unter anderem. Hey Frau Müller, wie hat es dir gefallen? Gut, wenn ich dich sehe sowieso. Wie gefällt dir denn auch in Weiga? Ja, super. Du bist der Rinta, oder? Ja, sicher. Wie gefällt es dir als Bucks bei der Weiga? Ja, gut. Super gemacht. Was sind denn typische Outdoor-Sportarten oder anders gesagt? Wie bewegen denn typischerweise die Schweizer sich in der Natur, wenn sie älter sind, so 60 und mehr? Ja, man kann es sich vielleicht schon vorstellen, dass das Bergwandern ist natürlich sehr beliebt in der Schweiz. Es gibt da auch ein paar interessante Zahlen dazu. Es gibt fast 65.000 Kilometer signalisierte Wanderwege in der Schweiz. Fast drei Millionen Schweizer wandern jährlich. Und jeder Schweizer wandert so im Schnitt drei Stunden, macht so 20 Touren pro Jahr. Weiter gibt es die Rad- und Rollsport, die sehr beliebt ist. Also das Mountainbiken und Radfahren, nicht Straßenverkehr mitgerechnet. Der Wintersport ist natürlich sehr beliebt. Und auch der Wassersport. Das Baden und Schwimmen und Boatsport ist auch sehr beliebt bei Personen über 65 und älter. Danke. Wir werden uns heute etwas vertieft mit dem Joggen-Wanderen-Bergsport Nording-Walken befassen. Mit dem Velofahren, mit dem Schwimmen und natürlich mit dem Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhen laufen. Michael, was sind denn Gefahren, wenn wir mit Joggen gehen? Auf wen müssen wir aufpassen beim Wandern oder auch Nording-Walken in diesem Bereich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man sollte vielleicht vorerst wissen, dass es im Schnitt 400.000 Sportunfälle pro Jahr in der Schweiz gibt. Und beim Bergsport, beim Wandern gibt es 25.000 Unfälle pro Jahr. Bei den 65-Jährigen und Alter sind das 8.000 Menschen, die sich jedes Jahr verletzen. Das sind mehr Frauen als Männer. Also die Frauen sind mehr betroffen bei Unfällen, wenn es ums Wandere geht in der Schweiz. Und sie verletzen sich hauptsächlich am Unterschenkel und am Sprunggelenk. Auch soll man wissen, dass die meisten tödlichen Unfälle während Bergwandern passieren. Das passiert nicht während Bergsteigen. Das passiert nicht während dem Klettern, das auch zum Bergsport gehört. Das passiert wirklich während dem Bergwandern. Und das größte Risiko, wobei man tödlich verunglücken kann, ist beim Abstieg. Man sieht, dass die meisten Unfälle, die einen tödlichen Verlauf haben, bei älteren Leuten passieren, weil sie ausrutschen, weil sie stolpern oder weil sie stürzen. Es ist also sehr wichtig, dass man die Füße kontrolliert aufsetzt. Und sobald man schon müde ist und man hat noch den Abstieg vor sich, vielleicht dann besser mit den Bahnen runtergehen. Man soll sich also gut überlegen, wie weit man schon durch seine Energie hin ist. Norbert, und damit wir wirklich die Bergwanderung geniessen können und zu draussen sein, kann man sich im Indoor-Bereich bei der Fitness explizit auf das vorbereiten? Ja, das ist immer so eine Sache. Wir sehen ja hier in diesen Leuten drin, das ist ja die Generation, die ja gearbeitet hat, die ja eigentlich eine gute Muskulatur hat und auch eine starke Knochen hat. Wichtig ist, dass man sich überhaupt mal in so ein Gesundheitszentrum, wo man so rein bewegt, und einmal ganz einfach ein Programm macht. Das ist nichts Verrücktes. Und mit diesen Programmen, die wir hier haben, können wir explizit, gerade bei solchen Outdoor-Aktivitäten, das richtig steuern, damit wir auch eine perfekte Prävention haben. Wir erleben das tagtäglich. Wir haben nicht nur Prävention draussen, sondern auch Sturzprophylaxe usw. und wenn man dort mit gezielten Übungen, das braucht nicht 100 Übungen, da reicht manchmal auch noch 5 oder 6 Übungen. Da kommen wir wirklich gute Sachen machen. Und wenn ich da rein schaue, habe ich auch noch Fudermitglieder, die auch zuhören. Danke viel, um alles vorbeikommen sind. Und wenn nicht wirklich die Übungen machen, dann haben wir eine perfekte Prävention. Michael, beim Velofahren. Jetzt kommt dann der Herbst und sicher hoffen, wir haben noch viele schöne Herbsttäge vor uns, wo wir schöne Velotouren machen können. Auf was schauen wir, damit wir keine Unfälle haben? Ja, bei den Rad- und Rollsport in der Schweiz, da gehört ja auch das Inlineskating und das Rollschuhlaufen dazu, das Mountainbiken, das Velofahren, muss man sich auch wieder bewusst sein, dass es einen Haufen Unfälle gibt. Es gab, es gibt im Schnitt 32.000 Unfälle, also etwas mehr als bei den Berg-Sport und unter den 65-Jährigen und Älteren lediglich 900 Unfälle. Das sind im Grunde genommen die älteren Personen nicht so gefährdet. In der Regel sind mehr Männer betroffen, also Männer sollten während dem Velofahren doch einiges vielleicht weniger risikoreich fahren und in der Regel sind die Schultergürtel und die Oberarme sind betroffen von Verletzungen. Beim Velofahren soll man genauso wie beim Bergwandern seine Grenze kennen. Es ist sehr wichtig, dass man die Erfahrung macht beim Velofahren, was man, was es mag, leiden. Ich denke, die Intuition ist hier unheimlich wichtig. Norbert, hast du auch Velofahrer bei der im Fitness? Wie würden Sie sich auf den Sport vorbereiten? Ja, das haben wir. Wir haben viele Velofahrer. Im Grundsatz fahre ich viele Velofahrer. Da geht es ja primär darum um das Herz-Kreislauf-System. Das Herz-Kreislauf-System ist ein Alternativ einfach, um den Vordermann zu bringen. Wir haben hier moderne Geräte. Wir legen so ein Pulsmesser an. Und dann tut eigentlich das Gerät mit dem Koppeln. Wir wollen euch das so vorstellen. Unser Herz ist ja eine grosse Pumpe. Die pumpen ja Blut. Jetzt, wenn man unseren Herzschlag 15 Sekunden lang messen, das mal 4 rechnet, haben wir ja einen Durchschnittspuls. Den Durchschnittspuls können wir ja durch Herz-Kreislauf-Training, durch richtiges Herz-Kreislauf-Training mit dem Puls messen, können wir den in kurzer Zeit, das ich euch garantieren kann. Mit 8-10 Minuten können wir den ruckzuck um 5 Herzschläge senken. Das heisst nur 5 Herzschläge. Und wenn man das auf eine Stunde umrechnet, die Differenz und das auf 24 Stunden, sparen wir in 24 Stunden über 7'000 Herzschläge ein. Dann müsst ihr euch mal sagen, 7'000 mal weniger, als euer Herz schlägt in einem Tag. Rechnet das mal hoch, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass das Herz natürlich schneller verschleisst. Das heisst, dann müsst ihr auch nicht so schnell die Herzklappe flicken. Und wenn man das nochmal umrechnet bei Bluthochdruckpatienten, wo man zum Beispiel 20 Puls mehr hat, dann könnt ihr das mal 4 rechnen. Dann haben wir fast 30'000 mal mehr, die ein Herz pro Tag schlägt. Und dann freut man sich natürlich, oh, jetzt muss ich da noch auf Grabsöhre und das Spital das flicken. Das kann man wirklich mit 10 Minuten Einsatz, zweimal in der Woche, bei mir, kann man da 5 Herzschläge senken. Und dann hat man eigentlich die perfekteste Prävention aufs Alter. Und dann kann man euer Herz wirklich schonen. Und das garantiert auch euch nachher wieder Umsetzung aufs Herzkreis auf, wie Velofahren, Job und so weiter. Und ich kann euch garantieren, ich habe genug so Beispiele in meinem Studio, wo man kann beweisen, über 3-4 Jahre mit einem Training pro Woche kann man die Leistung ab 70 bis zu 150% mehr Kraft hat. 150% nur 25 Minuten Investition mit einem modernen Gerät. Jetzt hast du viel von Koordination geredet und so weiter. Bei all den Sachen, die man macht, auch gerade die Bewegung im Freien, ist ja auch das Gleichgewicht eine wichtige Sache, dass man nicht stürzt. Macht man bei euch auch spezielle Übungen für das Gleichgewicht oder ist das denn gerade schon im Begriff in den Übungen, die du vorher gesagt hast? Ja, wenn man eine schlechte Grundvoraussetzung hat, dann macht man natürlich zum ersten Mal eine isolierte Übung. Und dann probiert man ja auch im zweiten Schritt den Ausgleich der schwachen Muskeln zu machen. Dann müssen wir diese noch strecken wegen dem Gelenk. Und anschließend hat man eigentlich mit 3-4 Minuten Koordinationsübungen. Da gibt es auch so Geräte dazu. Man kann auch so einen Teller aufstehen und so weiter. Das tun wir eigentlich mit dem Hirn. Das so vernetzen. Und das Hirn muss ich dir vorstellen. Das ruft dann den Muskeln ab, weil wir hier oben ein Gleichgewicht haben. Und wenn ich natürlich schlechte Muskeln oder schwache Muskeln habe, dann ruft er natürlich das erste Mal ab. Und wenn natürlich den Schwächern nachlässt, dann geht man natürlich über auf den Stärkermuskel und den übernimmt. Und wenn der natürlich am meisten übernimmt wird, ja auch wieder stärker. Und da kann er euch wieder vorstellen, nochmal wieder das Gleichproblem, dass die Gelenke wieder nicht schön aufeinander sind. Und da führt dann wieder dazu, dass man nachher wieder präventiv oder respektive mit vielen Bewegungen das natürlich dann wieder demummiert. Und so hat man natürlich wieder ein Problem. Gut. Dann kommen wir schon bald zum Schluss in der Arbeit nochmal eine Frage stellen. Michael, was würdest du empfehlen, wenn du nur drei Sachen empfehlen würdest? Die drei wichtigsten Sachen. Ganz knapp. Also ich denke, man sollte sich bewusst sein, dass man bis in das höchste Alter, und ich rede wirklich von 95, ich rede wirklich von 100 Jahren alt, dass man bis in das höchste Alter trainieren kann und eigentlich auch sollte. Es ist ganz wichtig, dass man das Spruch vorbeugen ist besser als heilen, dass man diese sich zur Herzen nimmt. Man kann sehr viel bewirken mit ein richtig dosiertes und angepasstes Krafttraining. Es muss natürlich auf Sie zupassen. Es muss auf Sie abgestimmt sein. Das kann man heutzutage im Fitnesscenter erwarten. Das kann man von Physiotherapeuten erwarten. Packen Sie es an. Schauen Sie, dass Sie zweimal in der Woche ein gutes Krafttraining durchführen. Und etwas, was wir vorher besprochen haben, ganz, ganz wichtig, Gleichgewichtstraining. Machen Sie jeden Tag Gleichgewichtstraining. Es gibt einfache Übungen. Sie können diese Übungen dann erschweren. Man muss sich halt gut informieren. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Empfehlungen. Und genüssen Sie einfach das Alter. Das ist wichtig. Genüssen Sie es mit Freunden, mit Familie. Es ist wichtig, dass man das Leben bis zum Ende genüssen soll. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Norbert, dir stelle ich natürlich die gleiche Frage. Was sagst du, drei Sachen, die drei wichtigsten Sachen, damit man das Leben geniessen kann, auch im hohen Alter? Ja, das ist auch der Prinzip Anfang. Für mich gilt die Disziplinfrage. Das heisst, einmal pro Woche für die Grundlage Fitness etwas zu investieren. Einmal pro Woche im zweiten Schritt das durchzuzüchen. Und einmal pro Woche im dritten Schritt über einen längeren Zeit zu machen. Und dann kann ich euch auch dort wiederum garantieren, dass ihr wirklich einen guten Erfolg habt. Und dann geht's. Und dann geht's.